Hallo und herzlich willkommen zu Freie Waffen Reviews Deutschland. Schreckschusswaffen haben in Deutschland eine PTB-Nummer. Luftdruck, CO2, Paintball, Airsoft-Waffen haben in Deutschland ein F im Fünfeck. Das kennen wohl die meisten von euch. Die PTB bescheinigt, dass diese Waffe mit Platzpatronen eben den deutschen Vorschriften entspricht. Das F im Fünfeck bescheinigt eben, dass eine Luftdruckwaffe unter 7,5 Joule Geschossenergie hat. Beide Waffen sind so in Deutschland ab 18 Jahren frei verkäuflich. Aber habt ihr schon mal eine Schusswaffe gesehen, die sowohl ein F im Fünfeck als auch eine PTB-Nummer trägt? Ja, das gibt es tatsächlich, blende ich euch jetzt hier mal ein. Doch wer denkt, dass diese Pistole jetzt in Deutschland gleich doppelt frei verkäuflich ist, der irrt sich. Denn es ist nach dem deutschen Waffenrecht immer noch eine, wenn man so möchte, scharfe Waffe, die erlaubnispflichtig ist, wofür man eine Waffenbesitzkarte braucht, wie für alle anderen scharfen Waffen auch. Doch warum gerade diese Art Waffen mit F im Fünfeck und PTB in Deutschland der schnellste, einfachste und wenn man das überhaupt so nennen darf, unkomplizierteste Weg zur eigenen Waffenbesitzkarte WBK sind, das erkläre ich euch in diesem Video. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, warum hat das Ding denn ein F im Fünfeck und ich darf es trotzdem in Deutschland nicht freikaufen. Ja, das hängt natürlich wie alles mit dem deutschen Waffenrecht zusammen. Und zwar steht im deutschen Waffenrecht bezüglich der Luftdruckwaffen sinngemäß drin. Die Luftdruckwaffen sind eben dann frei verkäuflich, wenn sie das F im Fünfeck tragen, wenn sie unter 7,5 Joule Geschossenergie haben und sie dürfen nicht vollautomatisch schießen, dann würden sie das F im Fünfeck auch gar nicht bekommen. So, erstmal erfüllt diese Pistole, die wir gerade gesehen haben, all diese Voraussetzungen. Sie hat ein F im Fünfeck, sie hat unter 7,5 Joule Geschossenergie, sonst hätte sie das F ja auch nicht bekommen und vollautomatisch schießen kann sie auf jeden Fall auch nicht. Allerdings steht noch eine weitere Sache im Waffenrecht. Und zwar, die Waffen müssen mit kalten Gasen angetrieben sein. Was bedeutet das? Es gibt grundsätzlich ein kaltes Gas und ein heißes Gas. Das ist jetzt etwas abstrakt gedacht, aber man kann sagen, eine Patronenmunition, die entwickelt heiße Gase. Der Schlagbolzen schlägt ein Zündhütchen an und es gibt eine Explosion in der Patronenhülse und das Geschoss wird da durch diesen Gasdruck durch den Lauf getrieben. So, das wird genauso mit Gasdruck durch den Lauf getrieben, wie bei einer CO2-Pistole das CO2-Gas das Geschoss durch den Lauf treibt. Allerdings sind es in dem Fall heiße Gase, weil diese eben von einer Explosion von einem Zündhütchen oder einer Treibladung herrühren. So, und im Falle von CO2, einer Airsoft-Waffe, einem Paintball-Markierer oder auch einem klassischen Knicklaufluftgewehr sind es eben kalte Gase. In dem Fall ist es nämlich immer entweder komprimierte Luft oder CO2 oder ein Airsoft-Gas. So, das sind alles kalte Gase, die sind nicht erhitzt, die explodieren auch nicht, die werden einfach nur mit Druck hinter das Geschoss gegeben und diese Pistole erfüllt eben fast alle Voraussetzungen, außer dass sie mit kalten Gasen angetrieben sein muss, was sie definitiv nicht ist, weil sie benutzt Patronenmunition. Das heißt, da ist keine Treibladung drin, aber es ist das Zündhütchen drin. Das Zündhütchen sorgt für eine Explosion und das Geschoss wird mit heißen Gasen durch den Lauf getrieben, genauso wie bei jeder anderen scharfen Waffe auch. Warum hat das Ding denn dann überhaupt ein FM5 weg? Dann könnte man sich das auch gleich sparen, wenn sie nicht frei verkäuflich ist. Ja, das hat etwas mit der Historie zu tun. Früher waren in Deutschland ja auch in den 70er Jahren noch fast alle normalen zivilen Waffen frei verkäuflich. Da konnte man ein Jagdgewehr, eine Repetierbüchse oder auch eine Schrotflinte einfach noch im Quelle- oder Neckarmann-Katalogen bestellen und sich die einfach nach Hause liefern lassen. Erst in den 70er Jahren wurde durch die RAF-Geschichte und so weiter das Waffenrecht in Deutschland immer weiter verschärft und diese WBK-Pflicht für alle scharfen Waffen eingeführt. Damals gab es aber dann eben noch die Ausnahmen, dass eben diese FM5-Eck-Waffen weiterhin frei verkäuflich waren und diesen Zusatz, dass diese nur mit kalten Gasen angetrieben sein dürfen, gab es damals auch noch nicht. Das hat sich irgendwann geändert. Der Gesetzgeber hat wohl ein Missbrauchs- oder auch Umbaupotenzial bei diesen 4mm M20-Waffen erkannt und hat gesagt, frei verkäuflich sind FM5-Eck-Waffen nur noch mit kalten Gasen. Das heißt, diese sehr schwachen, scharfen Waffen, die mit Patronenmunition unter 7,5 Joule schießen, sind damit erwerbscheinpflichtig geworden oder anders gesagt WBK-Pflichtig und dürfen nicht mehr frei verkauft werden. Jetzt könnte man sich denken, was müll man dann überhaupt mit diesem Müll, weil wenn ich eh schon die WBK machen muss, dann kann ich mir doch auch eine richtig coole und eine stärkere und eine größere Waffe kaufen, die natürlich einige hundert und nicht nur unter 7,5 Joule hat. Das ist auch absolut richtig, aber der Weg zur Waffenbesitzkarte ist ein deutlich kürzerer und deutlich einfacherer. In Deutschland kommt man an scharfe Waffen als Zivilperson in der Regel über eine Waffenbesitzkarte, in den meisten Fällen über eine Waffenbesitzkarte für Sportschützen. Um diese Waffenbesitzkarte zu bekommen, muss man allerdings natürlich einige Voraussetzungen erfüllen. Allen voran wäre das ein Waffensachkundelehrgang. Den kann man einfach so besuchen, da gibt es auch keine großen Voraussetzungen für. Kann man sich einfach irgendwo anmelden und hingehen. Das kostet vielleicht ein paar hundert Euro, dauert auch einige Stunden, aber dann hat man den Waffensachkundelehrgang, die Bescheinigung dafür und das ist auf jeden Fall Voraussetzung, um eine Waffenbesitzkarte zu bekommen. Wenn man den Antrag auf die Waffenbesitzkarte stellt, wird man natürlich von der zuständigen Waffenbehörde einmal durchleuchtet. Sprich, es wird geguckt, hat man Vorstrafen, ist man vielleicht in irgendeiner Weise extremistisch eingestellt oder sonstiges. Sollte das alles nicht der Fall sein, dann steht von Seiten der Überprüfung her nichts gegen eine Waffenbesitzkarte. Es wird praktisch die waffenrechtliche Zuverlässigkeit überprüft. Wie gesagt, wenn ihr euch nichts zu Schulden habt kommen lassen, dann sollte euch das keine Sorgen machen. Dann dürfte das kein Problem sein. Wer zum Beispiel schon einen kleinen Waffenschein hat, hat diese waffenrechtliche Überprüfung in der Regel schon hinter sich. Dann braucht ihr nicht direkt für die Waffenbesitzkarte, aber spätestens, wenn ihr dann darauf auch Waffen haben wollt, noch einen Tresor bzw. Waffenschrank. Die sind auch gar nicht mal günstig, weil die müssen bestimmten Vorschriften und Normen entsprechen und da zahlt man richtig viel Geld für. Ja, das alles könnte jetzt fast jeder deutsche Bürger einfach erreichen und damit einfach dann Schusswaffen besitzen. Eine letzte Sache fehlt aber noch und zwar das Bedürfnis. Denn unabhängig davon, ob ihr alle anderen Voraussetzungen erfüllt habt, braucht ihr in Deutschland in der Regel ein Bedürfnis, um eine spezielle Schusswaffe zu kaufen. So, das heißt, ihr müsst sagen, ich brauche diese Waffe zur Selbstverteidigung, zur Jagdausübung, weil ich Sportschütze bin oder sonst etwas. Das Problem ist, dieses Bedürfnis zu bekommen, ist nur auf sehr eingeschränkten Wegen möglich. Wer sagt, er möchte eine Schusswaffe zur Selbstverteidigung haben, der kann eigentlich direkt wieder gehen. Es gibt ein paar Hände voll Menschen in Deutschland, die eine Waffenbesitzkarte und dann häufig sogar einen Waffenschein zur Selbstverteidigung hat. Da reicht aber selbst ein ernstzunehmender Stalking-Fall in der Regel nicht aus, um die Selbstverteidigung als Bedürfnis zum Kauf einer Waffe genehmigt zu bekommen. Ja, wie gesagt, ist man Jäger, wäre die Jagdausübung das Bedürfnis und ist man Sportschütze, wäre eben der Schießsport das Bedürfnis. Und genau das ist der Weg, den auch die meisten Menschen in Deutschland gehen, wenn sie scharfe Waffen haben wollen. Denn das Sportschießen wird in Deutschland als Bedürfnis anerkannt. Das heißt, ihr sagt, ich bin Mitglied in einem Schützenverein und ich möchte da gerne Sport schießen und dafür brauche ich diese und diese Waffe, dann ist das tatsächlich ein Bedürfnis. Hier sind allerdings einige Voraussetzungen dran geknüpft. Und zwar müsst ihr erst mal mindestens ein Jahr lang Mitglied in einem Schützenverein sein und in diesen zwölf Monaten, die ihr dann da seid, mindestens einmal im Monat auch schießen gewesen sein, bis dahin noch mit Leihwaffen, weil ihr habt ja noch keine eigene WBK und keine eigene Waffe. Oder wenn ihr nicht jeden Monat da wart, dann müsst ihr über das ganze Jahr verteilt mindestens 18 Mal da gewesen sein und dort geschossen haben. So, wenn das eine Jahr dann rum ist, dann sagt der Gesetzgeber auch, so jetzt könnt ihr als Sportschütze eine Waffenbesitzkarte beantragen und jetzt könnt ihr auch scharfe Waffen bekommen. Also, dieser letzte Punkt, das Bedürfnis, das ist eben für die meisten Leute das größte Hemmnis oder die größte Hürde, die es zu überwinden gilt, eben in diesen Schützenverein zu gehen, ein Jahr lang dort zu schießen. Wenn man jetzt kein Bedürfnis bräuchte für eine Schusswaffe, wenn man einfach nur zur Behörde geht und sagt, ich will diese Waffe haben, weil ich diese Waffe haben will und das anerkannt werden würde, dann würde es ausreichen, den Waffensachkundelehrgang zu machen, die WBK zu beantragen, die Überprüfung abzuwarten, ein bisschen Gebühren zu bezahlen, sich den passenden Waffenschrank oder Tresor dafür zu kaufen und dann könnte man die Waffe kaufen. Und ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, worauf ich hinaus will, genau das ist bei diesen 4mm M20 Waffen der Fall. Denn diese Waffen benötigen kein Bedürfnis in Deutschland. Das heißt, egal ob ihr schon eine Waffenbesitzkarte habt oder nicht, ihr könnt einfach den Waffensachkundelehrgang machen, die Waffenbesitzkarte beantragen, die Überprüfung abwarten, euch einen Waffentresor kaufen, einen Kurzwaffenschrank und dann geht ihr einfach zu eurer Waffenbehörde hin und sagt, ich möchte gerne diese 4mm M20 Schusswaffe auf meine Waffenbesitzkarte eingetragen haben. Da fragen die nicht warum, sondern da sagen die, okay, machen wir. Da fragen die auch nicht, haben sie ein Bedürfnis, sind sie in einem Schützenverein Mitglied, sind sie in keinem Schützenverein Mitglied, sind sie Jäger. Das spielt alles keine Rolle. Man benötigt kein Bedürfnis, das heißt, man kann auch ohne jemals einen Schützenverein von innen gesehen zu haben, einen Tag lang, wenn man den Waffensachkundelehrgang hat und die Waffenbesitzkarte beantragt hat, einfach diese 4mm M20 Waffen eintragen lassen. Und das Beste ist, man bekommt dann diese Waffenbesitzkarte, ohne im Schützenverein Mitglied sein zu müssen oder ohne irgendwelche anderen Voraussetzungen erfüllen zu müssen. Man muss natürlich dazu sagen, diese Waffenbesitzkarte ist dann kein Freifahrtschein. Die anderen scharfen Waffen, die darf man dann in diese WBK sich natürlich nicht eintragen lassen, bekommt man auch nicht, weil wenn man jetzt dann zum Beispiel eine 9mm Pistole oder ein Kaliber 22 Gewehr eintragen lassen möchte, dann wird nach dem Bedürfnis gefragt. Dann wird gefragt, wo man im Schützenverein Mitglied ist und über ein Jahr und das liegt ja alles nicht vor. Das heißt, ihr könnt auch in Zukunft dann nur diese Sachen da eintragen lassen. Nur diese 4mm M20 Waffen. Das bedeutet, diese Waffen sind zwar erwerbscheinpflichtig, sprich WBK-pflichtig, aber bedürfnisfrei. Ihr bekommt also eine WBK ausgestellt, speziell für diese Waffen. Dann werde ich nochmal etwas mehr auf diese Waffen eingehen. Vielleicht kommt vielen von euch diese sehr selten und exklusive Pistole doch erschreckend bekannt vor. Das ist ja jetzt in diesem Fall eine Perfekta Modell 50. Allerdings erinnert diese natürlich vom Aufbau sehr stark an die alten Schreckschusspistolen im Kaliber 8mm. Zum Beispiel die Rec Protector G5, blende ich euch mal ein. Oder auch die Perfekta FBI 8000. Auch diese sehr bekannte und auch sehr günstige Schreckschusspistole aus der damaligen Zeit. Man sieht also, es wurde praktisch die gleiche Grundlage für diese 4mm M20 Pistole genommen, wie für die Schreckschussversion aus der damaligen Zeit. Jetzt blende ich euch nochmal eine andere 4mm M20 Waffe ein. Ein Weihrauch Arminius Revolver. Weihrauch Arminius HW4 ist das in diesem Falle. Die 4 wahrscheinlich wegen der 4mm. Auch dieses Modell hat das FM-5-Eck und hat auch die PTB-Kennzeichnung. Das ist übrigens keine PTB im Kreis, denn diese ist für Schreckschusswaffen. Das ist eine PTB im Viereck, ist also ein bisschen was anderes. Ja, und auch dieser Weihrauch Arminius Revolver dürfte einigen Schreckschussexperten von euch bekannt vorkommen. Denn, was ihr hier sehen könnt, ist fast genau das gleiche. Das ist ein Weihrauch Arminius HW1G. Und das hier ist ein Schreckschussrevolver mit PTB im Kreis, den man ganz normal und legal in Deutschland als Schreckschussrevolver besitzen darf. Im Kaliber 9mm Revolver Knall. Interessant. Also gibt es auch diesen Weihrauch Arminius Revolver ebenfalls als fast baugleiche Schreckschussversion. Ja, Weihrauch hat die Arminius Revolver nämlich in verschiedenen Kalibern und Versionen auf den Markt gebracht. Es gibt sogar von genau diesem Weihrauch Arminius Revolver eine scharfe Version im Kaliber 38 Spezial. Also ein großkalibriger Revolver dann, ein scharfer. Sieht auch genauso aus. Das heißt, Weihrauch hat da wirklich alle Märkte damals bedient mit ihren Arminius Revolvern. Ja, diese 4mm M20 Waffen sind wie gesagt in einem sehr kleinen Flobert Kaliber. Am ehesten kann man das noch mit der 6mm Flobert Schreckschussplatzpatrone vergleichen. Hier haben wir mal eine abgeschossene. Die kennen denke ich viel aus dem Schreckschussbereich. Und so ähnlich sind dann auch die 4mm M20 Patronen. Nur, dass sie eben noch etwas kleiner sind und meistens sitzt dann eine Rundkugel vorne drin oder eine Art Diablo. Hier habe ich einfach mal eine 4,5mm Stahl-BB für eine CO2-Waffe. Das kennen denke ich auch die meisten. Und wenn man das jetzt mal hier oben reinlegt, dann hat man schon so ungefähr eine 4mm M20 Patrone. So kann man sich das Ganze vorstellen. Natürlich dann mit 4mm Kugeldurchmesser und nicht 4,5 wie in dem Fall. Ungefähr so sieht das aus. Wie gesagt, keine Treibladung. Es ist eine reine Flobert Patrone. Das heißt, nur das Zündtütchen erzeugt schon genug Gasdruck, um das Geschoss dann eben durch den Lauf zu treiben. Ja, wer denkt, dass er mit so einer Schusswaffe jetzt vielleicht auch auf WBK sehr günstig das scharfe Schießen trainieren kann, den muss ich leider sehr enttäuschen. Denn diese Waffen haben heute praktisch keine Daseinsberechtigung mehr. Damals in den 70er Jahren wurden sie noch regelmäßig verkauft. Ja, heute sind sie halt einfach praktisch freie Waffen, die aber nicht freiverkäuflich sind, wenn man so will. Dementsprechend wird heute auch kaum noch diese Munition dafür hergestellt. Und dementsprechend teuer ist sie, weil sie halt nur noch in Kleinstserien produziert wird. Es ist tatsächlich so, wenn man jetzt mal bei dem Waffenshop mit dem großen grünen F guckt, dann kostet da zum Beispiel eine 100-Schuss-Packung 4mm M20 Munition ungefähr 40 Euro. So, das heißt, wir sind bei wahnsinnigen 40 Cent pro Schuss für ein Kleinstkaliber mit der Geschossenergie eines Luftgewehres. Nur kurz zum Preisvergleich, die scharfen 22LR oder LFB-Patronen, also die klassischen Kleinkaliber-Patronen, die übrigens mehr als 10 Mal so viel Joule haben, da kostet 100 Stück im Moment so 7 bis 10 Euro. Also ist man bei ungefähr 7 bis 10 Cent pro einzelnen Schuss mit Kleinkaliber. Und, naja, eine 9mm-Patrone, die kostet heutzutage vielleicht so um die 15 bis 20 Cent pro Schuss, wahrscheinlich eher 20 Cent so. Und eine kleine Gewehrpatrone, zum Beispiel eine 223 Remington, kann man ebenfalls für 40 Cent pro Schuss bekommen. Das bedeutet, dieses kleine, lahme Kaliber kostet praktisch 5 Mal so viel wie eine Kleinkaliber-Patrone, doppelt so viel wie eine 9mm-Groß-Kaliber-Patrone und immer noch teilweise mehr als eine 223 Remington-Gewehrpatrone. Es lohnt sich also noch nicht mal mit diesen Waffen zu schießen. Einen Vorteil haben sie allerdings, und zwar sind sie von der Schießstandpflicht befreit in Deutschland. Denn, wie gesagt, alle Waffen über 7,5 Joule dürfen in Deutschland ja nur noch auf den Schießstand geschossen werden. Und diese Waffen fallen eben drunter. Das heißt, mit dieser Waffe darf man ganz legal bei sich zu Hause, im Keller oder auch im Garten schießen, wenn sichergestellt ist, dass kein Projektil das Grundstück verlässt. Das wäre der eine Vorteil. Ich glaube, es lohnt sich trotzdem für die meisten von euch nicht. Ja, die Waffen selber sind dafür angenehm günstig. Also man bekommt solche Waffen teilweise für 50 bis 100 Euro gebraucht, kosten also wirklich nicht viel Geld. Zusammenfassend kann man sagen, es ist natürlich wirklich eine interessante Sache. Man muss bloß den Waffensachkundelehrgang besuchen und einen Antrag auf eine WBK stellen und schon bekommt man die WBK für diese Waffen bewilligt ohne weitere Voraussetzungen und hat somit die WBK erlangt und darf dann sozusagen erlaubnispflichtige Waffen kaufen, wenn auch nur diese. Und das ist natürlich ein sehr interessanter Punkt im deutschen Waffenrecht, den die meisten Deutschen eigentlich nicht kennen. Würde ich das jetzt empfehlen oder macht das Ganze Sinn? In meinen Augen nicht unbedingt. Denn das Problem ist, die Waffensachkunde kostet einige hundert Euro, der Waffenbesitzkartenantrag kostet relativ viel Geld. Man muss sich dann die 4mm M20 Waffe kaufen, man muss sie auf die WBK eintragen lassen, das kostet auch wieder Geld. Und nicht zuletzt braucht man einen Kurzwaffenschrank der entsprechenden Schutzklasse für scharfe Waffen, weil die muss natürlich dann im Waffenschrank oder Tresor aufbewahrt werden. Ich sag mal so, die Kurzwaffenschränke mit der aktuell gültigen Norm, also wo eine Pistole und Revolver reinpasst, da kann man im Moment einen Neupreis so bei 400, 500 Euro ansetzen, weil wie gesagt, ein einfacher Baumarkttresor für 29 Euro reicht da natürlich nicht aus, der erfüllt die Schutzklassen nicht. Das heißt, man ist, wenn man neu kauft, wahrscheinlich mindestens 400 bis 500 Euro, allein für den Waffenschrank los. Und wenn man so viel Geld in die Hand nimmt, dann will man doch auch etwas mehr haben, als letztendlich eine CO2-Pistole oder eine Luftpistole, nur dass sie eben nicht mit Luft schießt, sondern mit kleinen Flobert-Patronen, die dazu auch noch mehr kosten als die meisten großkalibrigen Patronen, plus den ganzen Aufwand mit dem Beantragen, plus die Eintragung in die Waffenbesitzkarte. Also in meinen Augen lohnt sich das Ganze für fast niemanden. Es lohnt sich schon eher für Sammler, die sowieso schon eine Waffenbesitzkarte haben, als Sportschütze zum Beispiel, und die so eine Waffe einfach gerne sammeln möchten, weil die können sich die einfach so kaufen, können die in ihre vorhandene WBK eintragen lassen, die müssen sich diesen ganzen Aufwand nicht antun, die nimmt auch keinen Slot weg in der Waffenbesitzkarte, also die wird immer zusätzlich eingetragen zu allen anderen Waffen und blockiert da auch nichts für eine andere Waffe, das heißt man kann als Sportschütze, wenn man diese Sachen sammeln möchte, vielleicht mit sowas anfangen, das wäre auf jeden Fall die unkomplizierteste Art als Sportschütze Waffen zu sammeln, wenn man das so nennen möchte, aber auch das ist ja jetzt eher eine Randerscheinung, ja, im Ausland, zum Beispiel in Tschechien, sind diese 7,5 Joule Randzünder Waffen auch absolut frei verkäuflich, die kann man da an jeder Straßenecke einfach mitnehmen. Es gibt in Tschechien zum Beispiel sogar Soraki Revolver, auch da, Soraki baut nicht nur Schreckschussrevolver, für den deutschen Markt, sondern auch diese 4mm M20 Randzünder Revolver für zum Beispiel den tschechischen Markt, die haben unter 7,5 Joule, allerdings darf man sowas dann nicht bedürfnisfrei auf die Waffenbesitzkarte sich holen, weil die sind ja nie für den deutschen Markt vorgesehen worden, haben deswegen weder ein FM-5-Eck noch die PTB-Abnahme, und die müssen sie eben haben, damit sie bedürfnisfrei wären, das heißt, sich dann so einen tschechischen Soraki Revolver zu kaufen, die kosten nicht mal viel Geld, vielleicht 100, 150 Euro neu, und dann hier bedürfnisfrei auf die Waffenbesitzkarte eintragen, funktioniert auch nicht, es muss also schon eine alte deutsche, in Deutschland zugelassene Waffe sein. Also kann man zusammenfassen, dass es alles keinen Sinn macht, im Großen und Ganzen ja, allerdings gibt es auch da wieder eine Ausnahme, und zwar gibt es einen Trick, wie man schneller an seine richtige Waffenbesitzkarte kommt. Normalerweise, habe ich ja erzählt, muss man ja ein Jahr lang Mitglied im Schützenverein sein, um die Waffenbesitzkarte beantragen zu können. So, dann kommt allerdings erst die Überprüfung, der Background-Check, das kann teilweise Monate dauern, wenn man Pech hat, und dann ist man schon längst ein Jahr Mitglied im Schützenverein und wartet Monate auf seine Überprüfung und die Erteilung der Waffenbesitzkarte. Und da kann die 4mm M20-Regelung tatsächlich mal was Sinnvolles bringen, und zwar könnt ihr gleich am Anfang von dem Jahr, wo ihr im Schützenverein Mitglied seid, bereits die Waffensachkunde machen, und dann eine grüne WBK für die 4mm M20-Waffen beantragen, dann läuft dieser Antrag durch, und am Ende bekommt ihr eure grüne WBK in die Hand gedrückt, mit einem Voreintrag für eine 4mm M20-Waffe, und da seid ihr noch gar nicht ein Jahr Mitglied im Schützenverein. So, dann legt ihr die Waffenbesitzkarte einfach weg, und wenn das Jahr dann um ist, und ihr dann theoretisch alle scharfen Waffen kaufen dürft als Sportschütze, dann braucht ihr nicht erst die WBK beantragen, sondern habt sie schon beantragt und habt sie schon vorliegen, und geht nur noch zu eurer Waffenbehörde, sagt, hier ist mein Bedürfnis für den Sportschütze, ich möchte mir jetzt eine 9mm Pistole in meine grüne WBK eintragen. So einfach ist das, und den Voreintrag für die 4mm M20-Pistole oder Revolver, die braucht er nicht wirklich zu kaufen, der Voreintrag verfällt dann irgendwann wieder, und damit ist es gut. Also, diesen Kniff gibt es noch, wie man etwas schneller an seine WBK kommt, oder zumindest die Bearbeitungszeiten überspringt, oder besser in das Jahr Wartezeit eh schon integrieren kann, ansonsten machen diese 4mm M20-Waffen in meinen Augen aber keinen Sinn. Ich hoffe, ihr konntet etwas Neues lernen in diesem Video, über diese sehr interessante Art von Waffen, die den meisten Leuten ja völlig unbekannt ist, und ich hoffe, euch hat das Video gefallen, und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.